In den Tiefen des Kosmos, jenseits unseres Verständnisses und unserer Sicht verbergen sich Phänomene, die Wissenschaftlern Ehrfurcht einflößen. Schwarze Löcher faszinieren durch ihr Geheimnis und erschrecken durch ihre Macht. Dieses Bild einer kosmischen Falle, aus der nicht einmal das Licht entkommen kann, wirft viele Fragen auf. Wissenschaftler auf der ganzen Welt versuchen unermüdlich, ihre Geheimnisse zu entschlüsseln. Schwarze Löcher entstehen, wenn massereiche Sterne ihren nuklearen Brennstoff aufgebraucht haben und unter ihrem eigenen Gewicht kollabieren. Sie erzeugen ein Gravitationsfeld, das so stark ist, dass kein Objekt, das ihren Rand, den sogenannten Ereignishorizont, erreicht, jemals zurückkehren kann. Man nimmt an, dass sich im Zentrum eines schwarzen Lochs eine Singularität befindet, ein Punkt unendlicher Dichte und ohne Volumen, an dem die uns bekannten Gesetze der Physik nicht mehr gelten. Aber was, wenn sich hinter diesem Schleier der gravitativen Dunkelheit nicht nur etwas Unbekanntes, sondern auch etwas unglaublich Faszinierendes verbirgt? Eine der neuesten Hypothesen besagt, dass sich im Inneren von schwarzen Löchern ganze Ökosysteme befinden könnten, die in der Lage sind, Leben zu erhalten. Stellen Sie sich vor, dass sich in diesen geheimnisvollen Objekten Welten verbergen könnten, die voller Leben und Aktivität sind. Diese Regionen könnten erstaunliche Lebensformen beherbergen, die sich an die unglaublichen Bedingungen angepasst haben. Einige Wissenschaftler glauben, dass die einzigartigen physikalischen Bedingungen im Inneren von schwarzen Löchern eine Umgebung schaffen könnten, die sich von allem unterscheidet, was wir bisher gesehen haben. Das öffnet Türen zum Unbekannten und das Denken der Wissenschaftler beginnt sich rasant zu erweitern, um zu verstehen, was tatsächlich in diesen scheinbar leblosen Tiefen des Kosmos geschieht. Aber bevor wir tiefer in diese Hypothese eintauchen, werfen wir einen Blick auf die innere Welt der schwarzen Löcher. Ist das ein Mythos oder eine verlockende Realität? Schwarze Löcher sind nicht einfach nur Leerräume, sondern komplexe Gebilde, in denen die Physik bizarre Formen annimmt. Die Vorstellungskraft malt Bilder von geheimnisvollen Welten, die sich hinter dem Ereignishorizont verbergen. Für viele Wissenschaftler bleiben diese Objekte Science Fiction, doch für einige sind sie eine Herausforderung, die neue Ansätze zur Erforschung erfordert. Hypothesen über innere Welten der schwarzen Löcher eröffnen Raum für erstaunliche Annahmen. Entgegen dem traditionellen Verständnis glauben Physiker, dass die Gesetze der Quantenmechanik eine Schlüsselrolle bei der Beschreibung des inneren Aufbaus von schwarzen Löchern spielen könnten. Physiker wie Stephen Hawking vermuteten, dass schwarze Löcher verdampfen und im Laufe der Zeit an sie verlieren können. Andere Wissenschaftler entwickeln Ideen über Wurmlöcher, Tunnel, die potenziell verschiedene Teile des Universums oder sogar verschiedene Universen miteinander verbinden könnten. Dies unterstützt ein Szenario, in dem sich in einem schwarzen Loch ein ganzes Ökosystem verbergen könnte. Jüngste Forschungen mit Teleskopen und Supercomputern eröffnen neue Ebenen des Verständnisses. Astrophysiker versuchen, die inneren Prozesse mit mathematischer Präzision zu modellieren, um herauszufinden, unter welchen Bedingungen Leben im Inneren entstehen könnte. Es fasziniert, wie die wahrscheinliche Realität dieses Raumes wissenschaftliche Untersuchungen in eine spannende Entdeckungsreise verwandelt. Dennoch bleibt die zentrale Frage, wie könnten diese rätselhaften Welten aussehen, falls sie tatsächlich existieren. Das führt uns zu einer Möglichkeit, die wir als nächstes besprechen werden. Das mögliche Leben unter diesen Bedingungen. Die Forschungsergebnisse der letzten Jahre beflügeln die Vorstellungskraft. Wissenschaftler haben begonnen, ernsthaft die Möglichkeit zu diskutieren, dass Leben im Inneren von schwarzen Löchern existieren könnte. Die Vorstellung, dass sich im Herzen dieser kosmischen Giganten komplexe Ökosysteme befinden könnten, löst eine Welle von Emotionen und Kontroversen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft aus. Diese neuen Erkenntnisse basieren auf einer Kombination aus Quantenphysik und Einsteins Relativitätstheorie, die zusammen ein völlig neues Bild entwerfen. Wissenschaftliche Teams auf der ganzen Welt nutzen leistungsstärkste Computer, um die Bedingungen im Inneren von schwarzen Löchern zu modellieren. Ihre Aufgabe ist es, zu verstehen, welche Lebensformen sich an die extremen Drücke und Temperaturen anpassen könnten. Unter diesen Bedingungen werden Zeit und Raum verzerrt, was möglicherweise einzigartige Möglichkeiten für die Entstehung von Leben schafft. Theoretisch könnte in diesen Regionen eine völlig andere Art von Biosphäre existieren, die auf Prinzipien basiert, die erst noch entdeckt werden müssen. Einige Wissenschaftler glauben, dass im Kern eines schwarzen Lochs Bereiche entstehen könnten, in denen Dichte und Temperatur stabilisiert oder sogar aufrechterhalten werden. Das ist vergleichbar mit Oasen in der Wüste, jedoch auf unglaubliche Größenordnungen skaliert und verborgen in der kosmischen Dunkelheit. Diese Oasen könnten von Lebensformen bewohnt sein, die eine völlig andere Chemie für ihre Existenz nutzen. Besondere Aufmerksamkeit erregen zudem neueste Daten, die darauf hindeuten, dass schwarze Löcher eine Quelle rätselhafter Strahlung sein könnten. Diese Strahlung wird mit hypothetischen inneren Welten in Verbindung gebracht, in denen einfache Lebensformen sich zu komplexeren entwickeln könnten, indem sie die Energie des schwarzen Lochs nutzen. Diese Forschungen beflügeln die Fantasie der Wissenschaftler und veranlassen sie, nach Möglichkeiten zu suchen, die Theorien in der Praxis zu überprüfen. Dennoch bleiben viele Fragen offen, die beantwortet werden müssen. Welche Rolle könnten diese potenziellen Ökosysteme im größeren Zusammenhang des Universums spielen? Gibt es eine Möglichkeit, dass diese Welten mit unserer interagieren? Und falls ja, welche Technologien wären erforderlich, um diese Interaktion zu erforschen? Vor uns liegen neue Horizonte voller Forscherdrang und erstaunlicher Entdeckungen. Die verborgenen Welten der schwarzen Löcher rufen gleichermaßen Staunen wie Skepsis hervor. Stellen Sie sich physikalische und chemische Strukturen vor, die unter Bedingungen existieren könnten, die scheinbar völlig lebensfeindlich sind. Hypothetisch könnten solche Ökosysteme dank einzigartiger Prozesse funktionieren, die im Inneren dieser kosmischen Objekte ablaufen. Im Inneren von schwarzen Löchern könnte es Bereiche mit relativ stabilem Zustand geben, in denen die Einwirkung extremer Gravitation und Temperatur außergewöhnliche Prozesse anstoßen kann. Dieser Raum befindet sich möglicherweise zwischen dem Ereignishorizont und der Singularität, wo Gravitation und Druck zwar extrem, aber nicht so zerstörerisch wie in der Nähe des Zentrums sind. In diesen Grenzbereichen verändern sich die physikalischen Gesetze und schaffen Voraussetzungen für einzigartige chemische Reaktionen. Die Grundlage für das Bestehen von Ökosystemen könnte die Quantenmechanik sein. Die Wechselwirkung von Quantenteilchen unter dem Einfluss starker Gravitation kann zur Entstehung komplexer molekularer Strukturen führen, die die Grundlage einer solchen Lebensform bilden. Energieausbrüche oder Schwingungen, die in der Nähe des Ereignishorizonts entstehen, könnten als Energiequelle für diese Ökosysteme genutzt werden. Es gibt die Vermutung, dass die Astronomie und die theoretische Physik uns in Zukunft Werkzeuge an die Hand geben könnten, um die inneren Prozesse von schwarzen Löchern zu beobachten. Dies könnte die Entwicklung neuer Methoden zur Analyse von Gravitationswellen oder kosmischer Strahlung umfassen, die möglicherweise mit diesen verborgenen Welten in Verbindung stehen. Interessanterweise wächst im Zuge dieser Forschungen das Verständnis dafür, dass das Leben in jeder seiner Erscheinungsformen die Fähigkeit besitzt, sich an die härtesten Bedingungen anzupassen. Dennoch bleibt vieles jenseits unseres Verständnisses. Wie könnten diese Ökosysteme strukturiert sein? Welche Lebensformen könnten sich unter solch einzigartigen Bedingungen entwickeln? Diese Fragen werden zu Wegweisern für unsere Fantasie und wissenschaftliche Forschung und erweitern die Grenzen des Möglichen. Wenn wir weiter voranschreiten, werden wir unweigerlich vor der Notwendigkeit stehen, den Begriff des Lebens selbst neu zu definieren, indem wir über die uns vertraute Welt hinausgehen und unseren Erkenntnishorizont erweitern. In der Zukunft erwarten uns Entdeckungen, die unser Verständnis vom Universum und seinen Bewohnern grundlegend verändern können. Was könnte uns in einem schwarzen Loch erwarten? Wenn wir in die dunklen Tiefen eines schwarzen Lochs eintauchen, betreten wir ein Gebiet, in dem die Realität sich in etwas Fantastisches zu verwandeln scheint. Das erste, was uns im Inneren erwarten könnte, ist ein Sturz in eine Welt voller Unbekanntem. Die Gravitationskräfte sind hier so stark, dass sie die Raumzeit selbst verzerren und Effekte hervorrufen, die wie eine Verlangsamung der Zeit wahrgenommen werden. Ein einziger Moment im Inneren eines schwarzen Lochs kann einem Jahrhundert außerhalb davon entsprechen, was die Reise in solche Tiefen zu einer Reise in eine andere Dimension der Zeit macht. Es wird angenommen, dass der Ereignishorizont die Grenze ist, hinter der keine Materie mehr zurückkehren kann. Das ist erst der Anfang. Dahinter beginnt eine unerforschte Welt, in der die Gesetze der Physik, wie wir sie kennen, nicht mehr gelten. Wenn man in diesen Raum gelangt, könnten Reisende erstaunliche Phänomene beobachten. Von Wirbeln quantenmechanischer Teilchen bis hin zu Ausbrüchen hochenergetischer Reaktionen. Diese Prozesse erschaffen ein Kaleidoskop einer kosmischen Show, die Wissenschaftler zu weiteren Forschungen inspiriert. Im Inneren eines schwarzen Lochs könnte es einen Bereich geben, in dem die Gravitation durch andere Kräfte ausgeglichen wird und so relativ stabile Zonen entstehen. Solche Orte könnten theoretisch Ökosysteme unterstützen, die auf exotischen chemischen Reaktionen basieren. Stellen Sie sich Lichtblitze vor, die durch Kollisionen von Teilchen entstehen und ungewöhnliche Energieformen hervorbringen. Dieser Prozess könnte möglicherweise die innere Struktur des Lochs stabilisieren und es Elementen des Lebens ermöglichen, sich zu entwickeln, die auf der Erde unbekannt sind. Eine Reise ins Innere könnte auch Zugang zu Wurmlöchern eröffnen, hypothetischen Tunneln, die entfernte Winkel des Universums miteinander verbinden. Diese Strukturen könnten, falls sie existieren, ein Portal zu anderen Welten darstellen und bisher ungeahnte Möglichkeiten zur Erforschung des Weltraums schaffen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich im Inneren eines schwarzen Lochs der Raum zusammenfaltet, wodurch neue Universen entstehen oder sich mit anderen verbinden könnten. Das macht das schwarze Loch gewissermaßen zu einem Tor für interdimensionale Reisen. Natürlich gibt es viele Fragen, die noch unbeantwortet bleiben. Wie werden zukünftige Technologien es uns ermöglichen, diesen Geheimnissen näher zu kommen? Was erwartet diejenigen, die es wagen, sich auf eine Reise jenseits des Möglichen zu begeben? Die moderne Wissenschaft steht erst am Anfang dieses Weges. Doch ein sanftes Licht der Hoffnung weckt bereits neue Ideen und Entdeckungen, die unser Verständnis von den Grenzen des Universums verändern könnten. Das Paradox des Lebens im Zusammenhang mit schwarzen Löchern versetzt Wissenschaftler in wahre Begeisterung und Verwirrung. Wie kann unter solch extremen Bedingungen überhaupt etwas Lebendiges entstehen und existieren? Einer der Schlüssel zum Verständnis liegt in der einzigartigen Natur dieser kosmischen Objekte. Im Inneren eines schwarzen Lochs können die Kräfte, die auf Teilchen einwirken, Bedingungen schaffen, die bestimmte Prozesse stabilisieren. Die Wechselwirkung von Quantenpartikeln kann hier zur Entstehung und Aufrechterhaltung komplexer Strukturen führen, die die Grundlage für neue Lebensformen bilden könnten. Es gibt die Hypothese, dass bestimmte Bereiche im schwarzen Loch dank quantenmechanischer Effekte und gravitativer Gleichgewichte Stabilität bewahren können. Diese Bereiche könnten eine Art Inseln der Stabilität darstellen, auf denen sich theoretische Lebensformen entwickeln und an die Bedingungen anpassen könnten. Hier könnten Gravitation und Strahlungsenergie zu Ressourcen werden, die das Bestehen einzigartiger Mikroökosysteme unterstützen. Wissenschaftler vermuten, dass in solchen Bereichen ungewöhnliche chemische Reaktionen ablaufen könnten. Diese Reaktionen könnten zur Bildung neuer Lebensmoleküle beitragen, die sich von den bekannten irdischen unterscheiden. Das ist eine Art Chemie aus der Dunkelheit, die Biosphären mit völlig anderen Grundlagen erschafft. Unter solchen Bedingungen könnten schnelle Anpassungen und Mutationen nicht nur möglich, sondern für das Überleben sogar notwendig sein. Natürlich ist die Erforschung dieser Prozesse für die Menschheit eine Herausforderung. Moderne Technologien erlauben es uns noch nicht, über den Ereignishorizont hinaus zu blicken, aber das bedeutet nicht, dass die Forscher aufgeben werden. Sie arbeiten weiter und entwickeln neue Methoden und Ansätze, um dieses Phänomen zu erforschen. Satelliten, Teleskope und Supercomputer helfen bereits jetzt dabei, die Bedingungen im Inneren von schwarzen Löchern zu modellieren und vielleicht werden wir schon bald in der Lage sein, unsere Theorien in der Praxis zu überprüfen. Schwarze Löcher werden trotz ihres furchteinflößenden Rufs zu Symbolen der Hoffnung auf die Entdeckung neuer Welten und Ökosysteme. Sie sind eine Inspiration für zukünftige Generationen von Wissenschaftlern, die unser Verständnis davon, was es bedeutet, in einem so riesigen und geheimnisvollen Universum zu leben, verändern könnten. Die wissenschaftliche Gemeinschaft erwartet, dass die Forschung auf diesem Gebiet weiter voranschreiten wird und der Menschheit ungeahnte Möglichkeiten und erstaunliche Entdeckungen eröffnet. An der Grenze zur Science Fiction stehen die Ökosysteme der schwarzen Löcher als Herausforderung für den wissenschaftlichen Geist und als gewaltiger Schritt auf dem Weg zur Erkenntnis des Universums. Die fantastischen Bilder, die unsere Vorstellungskraft erschafft, werden oft zu Inspirationsquellen für Wissenschaftler und dürfen nicht ignoriert werden. Doch was verbirgt sich hinter diesen faszinierenden Vorstellungen? Forschungen auf dem Gebiet der theoretischen Physik und Astrophysik deuten darauf hin, dass diese hypothetischen Welten nicht nur ein Produkt der Fantasie sein könnten. Wissenschaftler untersuchen aktiv die Möglichkeit, dass innerhalb von schwarzen Löchern komplexe Prozesse ablaufen, die ungewöhnliche Lebensformen unterstützen könnten. Kosmische Beobachtungen und mathematische Modellierungen ermöglichen es, über die Grenzen des Möglichen hinauszublicken. Mithilfe von Supercomputern erstellen Forscher Simulationen, in denen Gravitationskräfte mit Quanteneffekten interagieren und stabile Bereiche Formen. Diese Zonen könnten die Grundlage für Ökosysteme bieten, in denen Zeit und Raum zu etwas völlig anderem werden als in unserem gewohnten Verständnis. Besonders interessant ist auch das Auftreten hypothetischer Energieformen, die diese Strukturen versorgen. Moderne Daten bestätigen, dass schwarze Löcher Strahlung aussenden, die möglicherweise mit inneren Prozessen zusammenhängt. Diese Strahlung, bekannt als Hawking-Strahlung, eröffnet jedoch keine neuen Horizonte bei der Suche nach inneren Welten. Sie bringt Forscher jedoch auf den Gedanken, dass solche Welten einfachste Lebensformen enthalten könnten, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Das Ziel der Wissenschaftler ist es, Technologien zu entwickeln, die einen Blick ins Innere von schwarzen Löchern ermöglichen. Die Entwicklung neuer Teleskope und Methoden erlaubt es, diese Objekte mit beispielloser Präzision zu erforschen und bringt uns der Entschlüsselung ihrer Geheimnisse näher. Auf der Suche nach Antworten entwickeln Forscher weiterhin Theorien und führen Experimente durch, um Fantasie und Realität miteinander zu verbinden. Dennoch bleiben viele offene Fragen. Wie interagieren solche Ökosysteme mit dem Universum als Ganzem? Welche Möglichkeiten bieten sie für die Erforschung anderer kosmischer Objekte? Diese Fragen treiben die wissenschaftliche Forschung voran und eröffnen spannende Perspektiven für zukünftige Entdeckungen. Schwarze Löcher bleiben weiterhin ein Objekt der Träume und Inspiration und versprechen Veränderungen sowie neue Errungenschaften im Verständnis des Aufbaus des Universums. Technologien zu entwickeln, die es ermöglichen, schwarze Löcher zu erforschen, ist eine Aufgabe, die der besten Köpfe unserer Zeit würdig ist. Vor allem werden leistungsstarke Teleskope benötigt, die in der Lage sind, selbst kleinste Veränderungen in der Strahlung aufzufangen, die vom Ereignishorizont ausgeht. Moderne Technologien wie Infrarotteleskope und Radiointerferometer geben uns bereits erste Einblicke in das, was um schwarze Löcher herum geschieht, aber ihre Auflösung reicht noch nicht aus, um tiefer blicken zu können. Einer der wichtigsten Ansätze bei der Entwicklung neuer Technologien ist die Verbesserung der Methoden zur Beobachtung von Gravitationswellen. Diese Wellen, die bei der Kollision und Verschmelzung massereicher Objekte entstehen, können Informationen über die innere Struktur von schwarzen Löchern enthalten. Forscher haben solche Signale bereits erfolgreich aufgezeichnet, doch ihre Entschlüsselung erfordert weitere Verbesserungen in der Technik- und Datenverarbeitung. Ein weiteres vielversprechendes Forschungsfeld ist die Entwicklung von Quantensensoren, die in der Lage sind, selbst kleinste Veränderungen in der Raumzeit zu erfassen. Diese Sensoren haben das Potenzial, Quantenprozesse zu erforschen, die in der Nähe des Ereignishorizonts ablaufen und ermöglichen so einen Blick hinter den Schleier des Unbekannten. Eine wichtige Rolle spielen auch Supercomputer und künstliche Intelligenz, die zur Simulation der Bedingungen im Inneren von schwarzen Löchern eingesetzt werden. Diese Technologien ermöglichen es Wissenschaftlern, Hypothesen zu testen, indem sie virtuelle Simulationen erstellen, um zu verstehen, wie Ökosysteme unter solch extremen Bedingungen überleben könnten. Um sich jedoch schwarzen Löchern zu nähern und möglicherweise ihre Ressourcen zu nutzen, werden Technologien benötigt, die Forscher vor Gravitativen und Strahlengefahren schützen können. Die Entwicklung solcher Mittel erfordert erhebliche Ressourcen und einen interdisziplinären Ansatz, der Errungenschaften der Astrophysik, Ingenieurwissenschaften und Materialwissenschaften vereint. Die Erforschung von schwarzen Löchern mag eine schwierige Aufgabe sein, doch gerade solche Herausforderungen treiben die Menschheit dazu, neue Horizonte zu suchen. Sobald es uns gelingt, das Geheimnis dieser mysteriösen Objekte zu lüften, könnte sich unser Verständnis des Universums grundlegend verändern. Die Frage ist, ob wir das in absehbarer Zukunft schaffen können. Die Rolle der menschlichen Vorstellungskraft beim Verständnis des Universums kann kaum überschätzt werden. Viele der großen Entdeckungen begannen als etwas, das nur als Produkt der Fantasie galt. Die Ökosysteme der schwarzen Löcher sind bislang nur hypothetisch und zwingen Wissenschaftler dazu, ihre Vorstellungskraft aktiv einzusetzen, um Antworten zu finden. Die Vorstellungen von möglichen Welten innerhalb dieser kosmischen Objekte mögen zunächst unglaublich erscheinen, doch sie inspirieren Forscher dazu, neue Theorien zu entwickeln und Wege zu finden, diese zu überprüfen. Die Möglichkeit der Existenz solcher Welten stellt unsere gewohnten Vorstellungen von Leben und seinen Formen in Frage. Die Vorstellungskraft hilft Wissenschaftlern, sich vorzustellen, wie Lebensformen sich an die unglaublichen Bedingungen im Inneren von schwarzen Löchern anpassen könnten. Diese Vorstellungskraft treibt auch die Entwicklung von Technologien voran, die es ermöglichen könnten, ins Innere dieser Objekte zu blicken. Wissenschaftler nutzen ihre Fantasie, um auf Supercomputern Ökosysteme zu modellieren, in denen Quanteneffekte und Gravitation miteinander interagieren. Diese Simulationen helfen zu verstehen, unter welchen Bedingungen Leben entgegen allen bekannten physikalischen Gesetzen entstehen könnte. Das Verständnis dieser Prozesse könnte der Schlüssel zu Entdeckungen sein, die unser Bild von den Möglichkeiten des Lebens im Universum verändern. Es ist auch wichtig zu betonen, dass die Vorstellungskraft oft zur Entwicklung neuer Forschungsmethoden für schwarze Löcher führt. So werden beispielsweise innovative Sensoren und Teleskope entwickelt, die in der Lage sind, die feinsten Signale aus den Tiefen dieser Objekte aufzufangen. Diese Geräte helfen dabei, neue Daten zu gewinnen, deren Analyse es ermöglicht, den Zusammenhängen zwischen schwarzen Löchern und möglichen Lebensformen näher zu kommen. Wie wir sehen können, hilft die Vorstellungskraft Forscher nicht nur vom Unglaublichen zu träumen. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Hypothesen, erweitert die Grenzen unseres Wissens und weist Wissenschaftlern den Weg zur Gewinnung neuer Erkenntnisse. In Zukunft werden wir vielleicht gerade dank der menschlichen Vorstellungskraft die Türen zu vielen unbekannten Winkeln des Universums öffnen können, einschließlich der schwarzen Löcher. Und diese Entdeckung wird ein wesentlicher Bestandteil unseres Verständnisses des Universums und seiner Möglichkeiten sein. Die kosmische Zukunft, die die Erforschung von schwarzen Löchern ermöglicht, erscheint nicht nur als Traum, sondern als unvermeidlicher Entwicklungsschritt der Menschheit. Wenn sich die Hypothesen über mögliche Ökosysteme innerhalb von schwarzen Löchern tatsächlich bestätigen, könnte dies für uns völlig neue Horizonte und Möglichkeiten eröffnen. Es ist wichtig zu verstehen, dass schwarze Löcher nicht nur ein Objekt des Interesses für Theoretiker sind, sondern auch eine potenzielle Datenquelle für praktische Forschungen darstellen. Wissenschaftliche Errungenschaften könnten zur Entwicklung von Technologien führen, die es uns ermöglichen, ins Innere von schwarzen Löchern zu blicken, um herauszufinden, welche Geheimnisse sie verbergen. Dazu gehört die Untersuchung von Gravitationswellen, Hawking-Strahlung und anderen Phänomenen, die Aufschluss über die Ökosysteme im Inneren geben könnten. Entwicklungen in der Quantenphysik und Astronomie werden dazu beitragen, neue Instrumente zu schaffen, mit denen wir in schwarzen Löchern nicht nur hypothetische Ökosysteme sehen, sondern auch verstehen können, wie sie mit dem umgebenden Universum interagieren könnten. Möglicherweise bieten uns schwarze Löcher eine Möglichkeit, durch theoretische Wurmlöcher in andere Teile der Galaxie zu reisen und so außerirdische Welten zu entdecken. Diese Aussicht inspiriert Wissenschaftler seit langem zu neuen Forschungen und Entwicklungen. Natürlich liegt auf dem Weg zu diesen Entdeckungen noch viel Arbeit und Anstrengung vor uns, um technische und wissenschaftliche Hürden zu überwinden. Das Verständnis und die Erforschung von schwarzen Löchern hilft uns nicht nur, ihre inneren Prozesse zu entschlüsseln, sondern könnte auch unsere Wahrnehmung des Universums insgesamt verändern. Diese Objekte, von denen kein Licht zurückkehrt, bergen möglicherweise den Schlüssel zu neuen Entdeckungen und eröffnen der Menschheit die Möglichkeit, das Weltall aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Schwarze Löcher könnten den Beginn einer neuen Ära in unserer Forschung markieren. Und wer weiß, vielleicht werden sie sogar Einfluss auf unsere zukünftige Entwicklung als Zivilisation haben. Nur die Zeit wird zeigen, wie tief wir in ihre Geheimnisse eindringen können und welche Entdeckungen uns auf diesem Weg noch bevorstehen.